Und darüber sprechen möchten wir jetzt mit unserer Korrespondentin in London mit Annette Dittert. Ich denke, wir können uns so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, heute Abend wird kein Konservativer mehr an der Macht in Großbritannien sein. Den Tories droht ja eine krachende Niederlage, wir haben es gerade gehört. Woran hat das denn insgesamt gelegen? Ja, das sieht so aus in wirklich allen Umfragen. Dass Labour hier heute einen erdrutschartigen Sieg hinlegen wird, möglicherweise sogar einen noch größeren Sieg als den von Tony Blair 1997, den legendären und das wäre dann wirklich das Ende einer Ära für die Tories, die hier heute Abend ziemlich sicher eine Quittung bekommen für ihre Politik der letzten Jahre. Zunächst die Sparpolitik, die das Land deutlich ärmer gemacht hat, dann ein Brexit, bei dem kein einziges der Versprechen, die vor allem Boris Johnson 2019 gegeben hat, wirklich eingelöst wurde. Und das hat 70 Prozent der Briten und Britinnen zugeführt, dass sie jetzt einfach sagen, uns geht es so viel schlechter als damals vor 14 Jahren, als Labour abgewählt wurde und als die Tories an die Macht kamen, dass wir das jetzt einfach nicht mehr weiterführen. Das heißt, sie wollen jetzt einfach einen Wechsel, so hat Starmer, der Labour-Chef eben auch für sich geworben, und hoffen auf einen Neuanfang, der Großbritannien etwas ruhigere Gewässer führen wird. Wenn wir über die Enttäuschung bei einer Bevölkerung sprechen, wie groß war denn dabei vielleicht auch der Sunak-Faktor? Lange war er ja nicht im Amt, aber von Anfang an hieß es, ein Multimillionär wie Rishi Sunak, der könne die Probleme der einfachen Bevölkerung ja gar nicht so richtig greifen, nicht verstehen. Ist das so? Naja, er hat zumindest nicht das Gegenteil beweisen können in diesem Wahlkampf. Er hat einen Fehler nach dem anderen gemacht. Das war insgesamt der schlimmste Wahlkampf, den ich je erlebt habe, haben viele Tory MPs gesagt, die an den Türen der Wähler einfach nur die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde, ganz häufig. Und das hat auch damit zu tun und vor allem damit zu tun, dass Sunak es nicht geschafft hat, die seit dem Brexit völlig in sich zerstrittene und ins rechtspopulistische Lager abgedriftete Tory-Partei hinter sich zu vereinen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass Sunak auch das Versprechen, das er gegeben hat, als er sein Amt hier antrat vor anderthalb Jahren, dass er nämlich jetzt eine Rückkehr zur politischen Vernunft einleiten werde, eine neue Ära des moralischen Agierens in der Politik nach Boris Johnson, dass er das eben überhaupt nicht eingehalten und überhaupt nicht eingelöst hat. Und diese Rückkehr zur Vernunft, die erhoffen sich die Briten und Britinnen jetzt eben von Kirstama. Ja, und der könnte also in die Downing Street einziehen. Trauen die Briten ihm denn wirklich zu, das Land wieder auf Kurs zu bringen? Man muss sagen, dass Stama hauptsächlich gewinnt, weil die Tories von den Briten und Britinnen abgewählt werden jetzt. Er selbst hat für wenig Begeisterung und wenig Euphorie sorgen können. Das hängt vor allem damit zusammen, dass er von Anfang an einen sehr defensiven Wahlkampf geführt hat, weil er von Anfang an so weit vorne lag und jedes kontroverse Thema wirklich emsig versucht hat auszusparen. Und unter anderem auch den Brexit, da hat er ganz klar versprochen, dass es mit ihm keine Rückabwicklung des Brexit geben wird. Und das enttäuscht natürlich vor allem viele seiner Labour-Wähler, die zu über 70, 75 Prozent genau das wollen. Aber er hat sich eben dafür entschieden, in die politische Mitte zu rücken mit seiner Partei und will eben auch die Wähler mit einfangen, die immer noch am Brexit hängen oder zumindest kein zweites Referendum wollen. Und deswegen hat er das so klar ausgeschlossen. Er hat auch immer wieder deutlich gemacht, dass vor ihm eine Herkules-Aufgabe liegt, die zerstörte oder wirklich am Boden liegende britische Wirtschaft jetzt wieder aufzubauen. Und hat auch von sich aus gesagt, eigentlich hat er gar nicht sich bemüht, Euphorie zu versprühen, sondern eben ganz klar gesagt, mit mir kriegt er einen ernsthaften Premier, der die Ärmel hochkrempelt. Und da scheinen die Briten, wenn auch eben wenig begeistert, aber jetzt doch eben mit ihm mitzugehen, wenn man den Umfragen glaubt. Ja, also wir fassen zusammen, einen Wiedereintritt in die EU wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber was können dann Europa und vielleicht auch Deutschland außerdem von dieser Mitte-Links-Regierung jetzt erwarten? Das wird sehr interessant, weil da wird man eben auch, wenn Starmer den Brexit nicht abwickeln wird, und da wird er auch nicht rauskommen aus der Geschichte, das hat er so klar gesagt im Wahlkampf, dass er da keine Kehrtwende hinlegen kann nach einer gewonnenen Wahl. Er wird aber mit Großbritannien ganz klar Schritte zurück nach Europa machen. Es wird Abkommen geben auf der Handelsebene, die das Ganze, diese ganzen Disruptionen etwas abschwächen. Und er wird, und das ist eigentlich jetzt der erste, schnellste und wichtigste Punkt, er wird im Punkto Sicherheitspolitik auf die EU zugehen und aber auch auf Deutschland. Da ist jetzt auf der Arbeitsebene offenbar schon ein bilaterales Abkommen vorbereitet in Sachen Sicherheitspolitik. Und wir hören hier, dass Starmer möglicherweise schon im August nach Berlin fliegen will, wenn er denn hier heute gewählt wird, um das auszuarbeiten. Und sein erster großer Auftritt dann auf der internationalen Bühne wird schon nächste Woche sein, beim NATO-Gipfel in Washington. Und da wird er dann das ganz klare Signal an die Welt senden wollen, dass Großbritannien wieder zurück ist auf der internationalen Bühne. Ja, das war also ein Stimmungsbild und ein Ausblick auf das, was kommen könnte nach diesem Wahltag heute in Großbritannien. Dankeschön für diese Information, Annette Ditter in London. Bitteschön.